Rot ist äh, ach das ist ein rotes Willi, ist alles ok ganz gut Kann er seinen Sunder vielleicht mal stationieren? Ich hab grad meinen Flieger zerlegt Ja, ähm, da stehen schon jede Menge, deswegen kann ich im Moment nicht Achso, ah Muss ich mir erst ein Plätzchen suchen Ah ok, na dann baute ich noch ein bisschen Beziehungsweise, ich kann ja noch eine Bieten her schmeißen In welchem Trupp bist du? Äh, Alpha, wenn ich mich nicht irre Alpha, ja dann, dann muss er, dann Ach doch, Helm, du Ochse Oh blöd, Mann Äh, wenn ich denn könnte, wenn hier irgendwo Platz wäre, jetzt, hepp, da ist er Hat jemand Muni? Selbstverständlich Sicher hab ich Muni Jawoll, ja, so zu sehen Oh, das ist ne Miene Ha, ha Zwei, sieben und siebenzig Du musst zu lange warten, ich komm über Commander's West Ups Trittbine hingelegt Ups Kein Munition, Trittbine Falscher Knopf Beim C kommt ein Panzer Ja, yeah Bei C kommt ein Panzer Wo? Da oben, yeah, ich seh ihn Das war's Was? Da fahren wir eh gleich hoch Die Roten kommen, drücken da rüber Das ist fein Das Ding nur einnehmen und fahren mal rein Ah, bei C ist noch mehr Panzer Yeah Der, echt A ist wieder weg Was? Halt mal auf den Übel durchs Fenster ballern Die A ist weg Feuer Boom Oh, oh Oh, 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 oh Boom Ich hab zu einer Basis geflogen, wo ich geguckt hab, wo ihr seid Und da waren auf einmal so mindestens 100 Moskid Das muss man garantiert fangen Fangen zu Regulierst du dich zu erlegen, wo ich nicht Was ist das komisches? Ah, da haben wir ein Moskito Bist noch nirgendlich sicher Danke schön Na, na, na So, aussitzen Oh, 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 oh Sure Ich fahre über dem Panzer Hilfe Mach dich runter Ich beschleunige eben Ich musste über Dachfahren Ähm Nachricht geschrieben Nachricht geschrieben? Wow chat Aber man kann ja bei den Freunden, da kann man ja, wenn man neben online auf diese Brücke kann man ja Nachricht stellen. Ich stelle mich mal kurz in die Ecke. Ja, ich brauche eine Brücke, aber bei der Brücke brauche ich irgendeinen Spawnpoint. Warte, Freunde, 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 Nachricht schreiben. Kann man neben das online, da gibt es ja so ein Feld und da kann man eine Nachricht schreiben. Ja, hast du mir bestimmt geschrieben, bist bestimmt eingekommen. Kann man nicht noch extra Nachrichten, als ich gucke. Lies das nicht? Heißt du liest das nicht? Ja. Hast du mich geädetet in der Freundesliste? Ja, hab ich. Gut, dann finde ich dich. Lies das nicht. Oh, cool so. Also doch. Zack. Vorsicht, das ist vermied. Die Brücke ist vermied. Das kommt. Alter. Stau. Stau. Stau auf der Ahrbrücke. Oh, Panzer. Stau auf der Ahrbrücke. Hier ist er mir. Oh, unten? Hier ist irgendwo einer, ein Fußgänger. Gibt es doch nicht. Ja, hier ist auch irgendwo ein Sniper, das mich gerade zwischendurch mal weg in der Ahrbrücke. Hier ist, glaube ich, gesprungen. Als ich meinen Panzer gerappt habe. Flieger. Ich komme nicht dran. Aus. Runter von der Uta. Ich bin oben, mein See. Ich will keinen überfahren. Ne? Ich steig jetzt auch mal aus. Wir drücken direkt runter. Wir drücken die auch mit weg. Wie war das? Helm. Hier war irgendwas. Straße frei, Kartoffelbrei. Weg mit ihm. Oh. Und. Ah, Geschütze. Ich fahre mit dem Geschütze. Weg damit. Auf dem Dach. Gibt es denn das? Verbraucht sich. Ja, ich hab geploit. Noch nicht die beste Ecke. Mal hast du mal vorhören. Haha, da sind Kapseln gelandet, die ist runtergefallen. Hab ich auch noch nicht gesehen. Wollte ich gerade sagen, es ist unsere Station jetzt. Huuu. Das ist ein neuer Charakter. Ich hab gleich auf einmal... Boah, ich hab jetzt, wenn man am Anfang... ...eine Ecke in der Oberkrieg bei den Kürzeln sind. Warte mal, ähm. Kann man irgendjemand warten? Warte mal, dass wir den hinten rauslassen. Warte mal, dass wir den hinten rauslassen. Komm raus. Könnte ein, ähm... Ingenieur mal das... Äh... ...Wachenteil da reparieren. Sichtkontakt zur Fall. Und da ist noch ein fieberischer als ein Berater bei uns, wo die da drüber tagen. Jetzt müssen wir gerade die Hühle ein bisschen reparieren. Epp. Hey, wo ist der? Boah. What the? Hehehehe. Heiße. Die Warno sind irgendwie am besten mit, denen macht man die besten Headshots. Was ist der? Eine Kanone? Gibt's denn das? Komm weg. Hallo. Ich bin im Lock. Ich bin im Lock. Ich will dich im Locken. Nein, nein. Daneben, daneben. Mach mal ein Stück nach oben. So. Schauen wir mal. Du hast nicht gelockt. Doch mehrere. Elb bleibt steig, aber werde ich. Oh, oh. Ja, oben auf dem Da ist aber jede Menge los. Ich merke schon. Das ist nicht so gut. Ich verziehe mich bisseitig. Ich brauche eine Schussposition. Mich hat es erwischt. Da kommt einer. Du bist mein Freund. Ja, ich mach alles. Daneben. Hier befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Was hat der dahin gesetzt? Spawnleuchte? Die müssen wir ja wegmalen. Das geht ja gar nicht hier. Spawnleuchte. Dankeschön. Dankeschön, wer auch immer mich gerade hier bildet hat. Und das Moskito-unfreundlich ist. Waffen von Medic immer besser als die von den... anderen. Also von den... ähm... Fahlen. Mhm. Das ist auch anders als... Nee, nee. So nicht. Ah, fuck. Wo ist sie sein? Ah, er wird verfolgt. Sehr gut. Jawohl. Ich hab ne richtig weise Entfernung... ...er Basuka weggeholt. Unentzieher sucht. In der Nähe befindet sich ein feindlicher Spion. Äußerste Wachsamkeit. Spion im Einsatzgebiet. Krallt's ja auch ganz gut. Das hat dich gerannt. Oh, mal rein rein. Aber die Gas ist... also, die Gas ist erneuert worden. Das bringt's weiter. Das. Das. Die Gas ist erneuert worden. Das. 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 Ich habe den Arm noch nicht erobert. Ja, ich versuch gerade beim A rein zu beraten. Hier ist ein Arm auf Fuske, ist ja verbunden. Er schleicht sich an. Da! Lol! Guck! So. 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 Warte mal. Das doge Ding hier. Guck mal, Flattfahren. Guck mal. So weg. So. So. Schießt die Werbung auf uns. Nö, gut. Weitermachen. Oh ey. Was ist denn da im Hintergrund los? Das ist Justin, 77. Ich denke mal, das ist ein Hund. Hört sich so an. Wart ist das ein Hund? Hört sich ein bisschen so an. Das ist doch kein Hund. Genau. Der verseckt seine Möbel oder so. Leidet der Hund an Flatulenz, oder was? Das ist ein Hund. Das muss das sein. Das muss das sein. Keine Ahnung. Können wir nicht in ein Fenster reinschießen? Das ist schade. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mist. Sind welche bei dem A? Was los? Da sind richtig viele beim A. Ne, der wird gerade übernommen. Von uns. Ich will jetzt nicht einfach mal an. Ich wollte gerade irgendwie so einen Hals erfüllen. Ah, es seht. Kann man nicht mehr durch Fenster schießen, doch. Ah, genau. Das A stört ein bisschen. Ja, jetzt hab ich wieder eingetroffen. Spät-Molition. Da drüben. Na, na. Yes, baby. Boah, Kampang 4. Kampang 4. Kampang 4. Kampang 4. Oh, oh. Schuss. Kampang 4. Kampang 4. Warte, geht das auch? So fertig, ne? Oh nee. Okay. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Sehr gut. Geschützflugabwehr, Geschützflugabwehr, Geschützflugabwehr. Ich warte hier richtig drum. Feindlicher Spion entdeckt. So, wie fallen wir die Fliege. Kampfrang 75. Was hier los ist? Ja, war bei mir dann auch der Typ. Aua, aua, aua. Hä? Das ist höher. Das macht irgendwie richtig gut. Ich hab jetzt grad ne Kill Street. Heute. Kommt einfach mal zu viel. Hier oben hocken wir die Ecke. Ja, jetzt machen wir mal so. Erst die Jute gemacht. So, nächste. Du hast ne Max-Einheit. Ja, ist schlecht. Entschuldigung. Du musst immer grad beiseite fahren. Oh, 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 oh. Oben auf dem Dach sind noch ein paar. Banu ist gar nicht zu kümeln. Ich bin irgendwas los. Was war das? Granate? Ich muss mal ein Stück zurück. Dach irgendwie schießen. So. Beim C ist noch irgendwie anscheinend jemand. Ja, die haben C wieder übernommen. Wo ist C? C ist oben. Was seid ihr denn? Die Panzer sind oben. Oh, mit Panzern und alles was dazu gehört. Hihi. Gelockt und alles. Oh, nein! Ruhen! Ist das ist ein Panzer? Oh ja, hier unten. Moment. Machen wir grade über ein Dach Boom! Bin gut... Bleib stehen! Warten, warten, warte auf mich. O Ha'Sa! Wird ihnen nichts nützen! ha 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 ab als Ziel drin das ist ein schönes Jahr und mit dem Haus auch wieder übernommen daher kommen auch die Panzer Ich hab jetzt 10 Uhr errobert, dann haben wir wieder. Hier steht noch ein Zahn, aber er ist gerade geplatzt. Hm, machen wir. Es gibt hier jetzt neue Waffen. Unten der Tal ist wieder da, Blazer Station ist wieder da. Fauen wir noch mal runter ins Tal. Ich werde mal mitfliegen. Halt auf dir. Ich würde mal mitfliegen, insofern ich fliegen kann. Wer sagt hier was? Wo, wo? Hier war einer. Geflüstert. Ich hab noch 105er Kanone dran. Einer zuhause, nein. Peacekeeper, ich würde gerne mitfliegen. Danke. 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 Danke.